Bevor wir anfangen, möchte ich einmal kurz erwähnen, dass dieses Video eigentlich Teil von einem größeren Video wäre, was ich in der Vorproduktion gestoppt habe, weil es keinen Sinn macht, das Video so zu veröffentlichen gerade. Jedenfalls, es geht heute um Archäologie und Gayness. Oder das Fehlen von Gayness in historischen Quellen und egal. Die von euch, die das Thumbnail gesehen haben, haben vielleicht das Bild erkannt. Das ist nämlich ein Bild von Saphos und ihrer in Anführungsstrichen besten Freundin. Für die von euch, die es Saphos nicht kennen, Saphos war eine lesbische Lesbe von Lesbos, die lesbische Liebes- und Romantik- und Erotik-Gedichte und Storys geschrieben hat. Und Historiker und Archäologen gucken sich das an und sagen, ja gut, die ist seit Jahrzehnten mit einer Frau am Zusammenleben, aber das und das ganze Lesbenzeug ist bestimmt rein platonisch, das sind nur gute Freunde. Weil Gayness von Freddie Mercury in den 70ern erfunden wurde. Oder irgend so ein Blödsinn. Worauf ich hinaus will ist, Archäologen haben eine blöde Angewohnheit, alles auch nur ansatzweise gay ist, so umzubiegen, dass es nur gute Freunde sind. Oder sie versuchen, das komplett rauszuprügeln, indem sie Leute, die nix mehr länger zu tun haben, einfach stumpf als Ehepartner darstellen. Es gibt bei den Azteken beispielsweise eine Gottheit, die ist explizit für männliche Homosexualität zuständig. Der hat natürlich einen weiblichen Counterpart, der für weibliche Homosexualität zuständig ist. Und diese beiden Gottheiten wurden von Historikern seit Ewigkeiten als ein Ehepaar dargestellt. Einfach weil die auf einem Bild ein bisschen nah beieinander sitzen. Das denke ich mir nicht aus, dass es wirklich passiert. Ich hasse diese Scheiße. Und nur um jetzt richtig auf alles zu pisten, was mir gerade auf den Sack geht, weil nach diesem fucking Jahr brauche ich ein bisschen Abreagierung, reden wir über meine beiden Lieblingshistorischen Gay Couples. Und wir regen uns gemeinsam drüber auf, okay? Okay. Auf zur Antike. Fangen wir an mit Antinos. Antinos war ein, und ich zitiere hier, Günstling und vermutlich ein Geliebter von Kaiser Hadrian. Ihr wisst schon, der römische Kaiser den Hadrianswall gebaut hat und mega super ultra gay war. Gut daran zu erkennen, dass er seine Frau nie angefasst hat, keine leiblichen Kinder hatte. Und dass nach dem Tod von Antinos, er in eine tiefe Depression verfallen ist und Antinos zu einem Gott hat erklären lassen. Ein Privileg, das sonst nur den Kaisern vorbehalten ist. Ihr merkt, vielleicht ein bisschen mehr als nur eine Bettgeschichte. Aber laut Historikern war es eine rein sexuelle und freundschaftliche Beziehung. Weil Gründe. Was mich mehr anpisst, ist die Darstellung von Patroklos und Achilles. Patroklos und Achilles werden häufig als beste Freunde dargestellt und Waffengefährten und in einigen beschissenen Filmen sogar als Cousins, weil fuck you. Und diese beiden sind das Gayste, was ich jemals gesehen habe. Patroklos wird nie alleine dargestellt, sondern immer zusammen mit Achilles. Es gibt explizite sexuelle und romantische Darstellungen von den beiden. Und griechische Philosophen haben sich jahrzehntelang drüber gestritten, wer von beiden jetzt welche Rolle im Bett hatte. Und außerdem macht die zweite Hälfte vom Iliad absolut keinen fucking Sinn, wenn die beiden nicht super mega gay gewesen wären. Für die von euch, die nicht wissen, was passiert. Achilles hat keinen Bock auf den Krieg in Troja, weil warum sollte er? Also kämpft er einfach stumpf nicht. Patroklos denkt sich, na gut, irgendjemand muss ja kämpfen. Also zieht er sich die Rüstung von Achilles an und reitet in den Kampf und wird prompt umgebracht, weil er kein Krieger ist. Daraufhin rastet Achilles absolut aus und tötet alles, was er finden kann. Inklusive der halben trojanischen Armee, einem Fluss und er hätte auch Ares umgebracht, hätte man ihn nicht zurückgehalten. Und nur um den ganzen die Kronen aufzusetzen, hat Achilles veranlasst, dass nach seinem Tod die Asche von ihm und Patroklos vermischt werden soll und in derselben Urne beerdigt werden soll, damit sie für alle Ewigkeit in der Unterwelt zusammenbleiben können. Aber sie sind nur gute Freunde und Waffenbrüder, weil Gainus existiert nicht. Gott, ich hasse das. Wenn euch das genauso auf den Sack geht, wie mir und ihr irgendwas Schönes braucht, The Song of Achilles. Es ist ein wunderbar geschriebenes, aus der Ich-Perspektive, Tagebuchmäßiges, total awkward gay Love-Story-Ding zwischen Patroklos und Achilles. Und, oh Gott, ich bin beim Hörbuch am Hör und ich liebe es. Hört es euch an. Fuck off, Video zu Ende.